ja leute wir sind hier auf jeden fall sehr spannend hier und ja das ist so geil wo musst du ausweichen links rechts springen die war ein schluss aber hier ist immer noch fluss kette diese gold suche gehen wir jetzt auf die andere seite springen auf jeden fall sehr schön ist es hier für zwei personen perfekt geeignet was heißt so komisch allah yarbi erde wirst du nicht es war einfach was wie nennt man sowas schlammfluss so part 2 von wir sind hier auf der wildnis und jetzt ist der weg enger geworden ja leute ich habe gerade gemerkt sie aus wie diese keine ahnung ich habe gerade gemerkt das hat das wäre das sehr voll geil wenn das ein blog wäre deshalb ich mache jetzt ein blog ein mini blog war wie früher immer 50 klasse und so einfach das ist die weiß wenn ich und da sind die aktiven kinderhalter willkommen in weiß einfach wir waren wandern aber hat er hat er voll bock gemacht eigentlich jeder der mit mir wandern will meldet euch bei mir und ich gehe mit euch persönlich wandern ich mache was mit meinen fans und ich mache was mit meinen zuschauern gerne aber ich werde das nicht auf instagram posten und so das ist ein random blog einfach irgendwo irgendwas machen boah junge schäfer wie wenn da jetzt das ist voll geil eigentlich auf jeden fall der mit mir wandern will schreibt mir und folgt mir auf insta hallo hans wie geht es ihnen können sie aufmachen warum wie lange bleibt dazu mindestens morgen auch morgen morgen weiß ich nicht also ok tschüss frag mich nicht warum ich einen hans kenne und ja ja das war's mit dem blog auf jeden fall die leute die sich beschwert haben warum ich nur boden filme das sind die erste versuch wir kommen im deutschen fernsehen denn 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 heute guten abend meine damen und herren wir grüßen sie zur diesjährigen tagesschau wir sind hier in remscheid am stadtpark im wald wir wissen nicht wo wir sind doch habe ich doch gerade gesagt oder machen wir weiter wir brauchen schläge ja wir sind hier es ist sehr viel schnee hier recht ja es ist glatt versuch nummer zwei versuch nummer zwei versuch nummer drei guten tag meine damen und herren wir begrüßen sie zur guten abend meine damen und herren wir begrüßen sie zur diesjährigen tagesschau wir begrüßen sie zur diesjährigen tagesschau wir begrüßen sie warte ab warte ab sind guten abend meine damen und herren wir begrüßen sie zur tagesschau das mikrofon ist an meine damen und herren wir begrüßen sie zur tagesschau mit ihnen ist da geht alle wehna pieh was soll ich sagen Ja, jetzt hagelt es oder so. Keine Ahnung. Sag etwas zu mir. Ich will deine Beine darum machen. Guten Abend, meine diesjährigen Tagesschau. Also, wir begrüßen sie. Mit ihnen ist der Reda Rwena. Ja, wir sind hier in Bergisch Gladbach, wie man so schön sagt. Und wir haben uns verlaufen tatsächlich. Und wir benötigen Hilfe. Versuch Nummer E. Was du wolltest? Was ist denn? Sino Elwäge, sinne. Was ist das? Was ist es? hier sind hier der glatt war es ist sehr kritisch was den schnee es ist hier sehr am klein das auf jeden fall das war es jetzt mit meinem video und ja folgt mir auf insta ganz wichtig und euer bester ein